Nino de Angelo, alte, Frau, Kinder, der Sänger im Faktencheck Nino de Angelo machte in letzter Zeit vor allem mit negativen Schlagzeilen von sich reden. Doch auch die Geburt seines Sohnes machte der Sänger vor wenigen Tagen bekannt. Nino de Angelo, 53, veröffentlichte mit gerade einmal 17 Jahren seine erste Platte und feierte jahrelang einen Erfolg nach dem anderen. Heute, mit 53 Jahren, macht der Sänger mit anderen Dingen Schlagzeilen. So nahm er nicht nur in der letzten Staffel Promi Bich Brot her teil, sondern stand vor kurzem wegen einer Festnahme im Mittelpunkt der Medien. Mit der 20 Jahre jüngeren Larissa Schme, 33, ist der Jenseits von Eden Interpret seit 2012 liiert. Nach einer kurzen Trennung im Jahr 2014 folgte die Hochzeit der beiden. Seitdem machen immer wieder Gerüchte um eine Trennung die Runde. Zur Hochzeit ließ sich Nino de Angelo, der im wahren Leben Domenico Gerhard Gorglione heißt, ein Liebestattoo stechen. Neben einem Unendlichkeitszeichen fand man auf seinem Ringfinger noch das Hochzeitsdatum. Doch genau dieses ließ er nun durchstreichen und an der Stelle des Unendlichkeitszeichens befindet sich nun ein Totenkopf, wie Foto auf seiner Instagram-Seite zeigen. Nino de Angelo, so viele Kinder hat er. Vor wenigen Tagen bestätigte der Sänger auf seiner Facebook-Seite, erneut Vater geworden zu sein. Schon im April dieses Jahres soll sein Sohn zur Welt gekommen sein. Mutter ist jedoch nicht seine noch Ehefrau Larissa. Mit seiner ersten Ehefrau Judith Gorglione hat der Sänger die beiden Kinder Luisa Maria, 29, und Luca Leon, 25.